Hallo Petros, wir sind zurück und haben einige Neuigkeiten. Es gibt viele Gerüchte über neue Verpflichtungen im Borussia-Park. Jetzt hat ein talentierter Spieler das Interesse der Borussia geweckt, aber es gibt viele Hindernisse für seine Verpflichtung. Bevor du erfährst, um welchen Spieler es sich handelt, abonniere unseren Kanal, aktiviere die Benachrichtigungsglocke und bleibe auf dem Laufenden über alle Verpflichtungen und Interessen des Borussia Mönchengladbach. Nach dem Abgang von Lars Stindl sucht der Borussia einen neuen Kapitän, und seit März wird diese Spieler von Virkus untersucht, da er perfekt zum Anforderungsprofil passt, da er flexibel im Angriff eingesetzt werden kann. Wir sprechen von dem Spieler Zeki Amduni, Spieler des FC Basel, der in der letzten Saison 22 offizielle Tore erzielt hat, ein hervorragender Angriffsspieler. Es gibt jedoch einen direkten Konkurrenten, der versuchen wird, den Spieler mit aller Kraft zu verpflichten, Benfica Lissabon. Intensive Verhandlungen zwischen dem portugiesischen Meister und dem FC Basel sind geplant. Aus diesem Grund muss der Borussia schnell handeln, um eine mögliche Verpflichtung zu ermöglichen. Aber wir wissen, dass alles von dem Verkauf einiger Spieler abhängt, um die Investition zu tätigen, die erforderlich ist, um zu verpflichten. Wir werden sehen, ob es sich nur um ein weiteres Gerücht handelt oder ob der Borussia tatsächlich um die Verpflichtung kämpft. Und Petros, was ist deine Meinung? Ich halte es für schwierig, aber wenn sich die Dinge ändern und es gelingt, die erforderlichen Spieler zu verkaufen, könnte es möglich sein. Hinterlasse deinen Kommentar. Bis zum nächsten Mal.